Es gibt viele Situationen, in denen man die genauen Modellbezeichnungen der im PC verbauten Hardware-Komponenten benötigt. Die Planung eines Hardware-Upgrades, der Verkauf des PC-Systems oder die Kompatibilitätsprüfung für ein neues Spiel bzw. Programm sind nur eine Handvoll Gründe, bei denen man die genauen Hardware-Spezifikationen des Computers wissen sollte. In diesem Video werde ich die wichtigsten PC-Komponenten nach und nach durchgehen und euch erklären, wie ihr deren Bezeichnungen herausfinden könnt. Let's go! Da mich im User-Support immer wieder die Frage erreicht, wie man die aktuell verwendeten Hardware-Bauteile ermitteln kann, habe ich mich dazu entschieden, einfach mal ein kurzes PC-Basics-Video zu diesem Thema zu erstellen. Am einfachsten ist es natürlich, die Rechnung bzw. das Datenblatt des PC-Verkäufers herauszusuchen und die Bauteile damit festzustellen. Allerdings kann es gerade bei älteren PC-Systemen häufig der Fall sein, dass dieses Datenblatt nicht mehr vorhanden ist oder der PC nicht mehr auf der Homepage des Verkäufers gelistet wird. In den meisten Fällen gibt es mehrere Wege, an die Bezeichnungen der Hardware-Bauteile zu kommen und manchmal gibt es auch keine andere Möglichkeit, als den PC aufzuschrauben und hereinzugucken. Gehen wir nun einmal die wichtigsten Komponenten nach und nach durch und starten direkt mit dem Herzstück des PCs, nämlich mit dem Prozessor bzw. mit der CPU. Hier erhaltet ihr die wichtigsten Informationen bereits über den Windows-Task-Manager, führt dazu einfach ein Rechtsstück auf der Taskleiste aus und wählt den Punkt Task-Manager. Klickt nun auf den Reiter Leistung, dann auf CPU und schon findet ihr die Modellbezeichnung oben rechts eingeblendet. Für weitere Spezifikationen und technische Werte könnt ihr nun das Internet zur Hilfe heranziehen. Welcher Kühler auf eurem Prozessor montiert ist, lässt sich leider nicht so einfach herausfinden. Dafür müsst ihr einen Blick ins Gehäuseinnere werfen, wozu ihr das entsprechende Seitenteil eures Gehäuses abschrauben müsst, insofern es kein transparentes Glasseitenteil ist. Natürlich müsst ihr zuvor den Rechner herunterfahren und vom Strom trennen. Sollte der Lüfter bzw. Kühler mit Intel oder AMD beschriftet sein, so handelt es sich hierbei um den einfachen Boxkühler. Andernfalls müsst ihr anhand des Markenlogos und der Optik das genaue Modell im Internet recherchieren, da eine vollständige Modellbezeichnung in den seltensten Fällen auf dem Kühler abgedruckt ist. Ebenso wie bei der CPU lässt sich auch das Grafikartmodell ziemlich einfach über den Taskmanager abrufen. Unter dem Reiter Leistung und dem Bereich GPU findet ihr die Bezeichnung erneut oben rechts. Um jetzt aber das konkrete Custom-Modell herauszufinden, also ob diese RX 570 z.B. von Gigabyte, KFA2 oder Asus ist, müsst ihr erneut euren PC aufschrauben und anhand des Logos bzw. der Optik das entsprechende Custom-Modell recherchieren. Beim RAM bzw. Arbeitsspeicher möchte man in vielen Fällen einzig und allein die Gesamtkapazität herausfinden und auch das ist sehr einfach über den Windows Taskmanager festzustellen. Des Weiteren wird auch hier die aktuelle Taktfrequenz und die Anzahl belegter Steckplätze angezeigt. Für weitere Informationen zum DDR-Typ, zu den Latenzen und Ähnlichem könnte euch das kleine Tool CPU-Z weiterhelfen, über das ihr viele weitere technische Details zu eurem Arbeitsspeicher auslesen könnt. Wenn ihr den Hersteller, die Bauhöhe oder die vollständige Produktbezeichnung des RAMs herausfinden möchtet, was z.B. bei der Erweiterung des Arbeitsspeichers wichtig ist, müsst ihr den PC erneut aufschrauben, einen RAM-Riegel ausbauen und die genaue Bezeichnung vom Aufkleber ablesen. Um euer Mainboard-Modell herauszufinden, könnt ihr ebenfalls das Programm CPU-Z verwenden. Unter dem Reiter Mainboard findet ihr alle wichtigen Informationen bezüglich des Herstellers, des Chipsatzes, des BIOS und natürlich auch die konkrete Verkaufsbezeichnung. Sämtliche Bezeichnungen zu Massenspeichermedien, wie z.B. SSDs und HDDs, lassen sich ebenfalls problemlos über den Taskmanager auslesen. Oben rechts findet ihr die Langbezeichnung des Speichers, nach der ihr im Internet recherchieren könnt und im unteren Bereich wird euch dann auch die Gesamtspeicherkapazität angezeigt. Um euer verbautes Netzteilmodell herauszufinden, müsst ihr wieder einmal einen Blick in euer Gehäuse werfen, da ein Netzteil euer System lediglich mit Strom versorgt und keinerlei Daten überträgt. An der Seite des Netzteils müsse sich ein Aufkleber mit den wichtigsten Spezifikationen, dem Hersteller und der Modellbezeichnung befinden. Beim Feststellen des Gehäusemodells seid ihr voll und ganz auf das Internet angewiesen. Insofern sich kein Aufkleber mit vollständiger Bezeichnung am Gehäuse befindet, habt ihr keine andere Wahl, als nach dem Modell zu recherchieren. Meist wird für sich wenigstens die Marke des Gehäuses durch ein Logo erkennen lassen und zusammen mit ein, zwei optischen Details sollte sich euer Modell im Internet doch relativ schnell ausfindig machen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte und dass du nun die Bezeichnungen deiner Hardwarebauteile herausfinden konntest. Solltest du dennoch Probleme mit der einen oder anderen Komponente haben, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar und vergiss außerdem nicht diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein kostenloses Abo zu hinterlassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.